Jawohl, jetzt bin ich auf der anderen Seite von Mainz-Steeberg, Teil 2. Vorhin war ich da drin bei den Packern und habe die gesehen, die da schwarz sind. Das ist GS2, der Kasperl, den wo ich bin. Heute Mai, das ist der Kasperl GS2, da ist er hier. Und das ist die Dings da, die waren geschwarzen, da ist der Dings, der Bagger, den habe ich bedient, da wo mir die Lokomotive rausgefahren ist, das muss ich mir jetzt noch mal erzählen. Da oben habe ich gearbeitet, da geht es auf Minger, auf Eimpfingen-Rosenheim. Da habe ich gearbeitet, das jetzt bin ich auf der anderen Seite, vom Stellwerk, vom Gleis, vom Hauptgleis von Minger nach Mülldorf, auf der Südseite. Da habe ich gearbeitet, da oben habe ich runtergeschaut, da habe ich die Schlüssel runtergelassen, da seht ihr es eh da oben, die Säge runtergelassen, wenn jemand eine Weihauf gesperrt hat, haben sie gesagt, da, der Kruger Wölfe ist da angeschaut, mit der Rangierlokke, da muss ich schnell auf fahren, dann darfst du runterfahren, weil der Einzug in Eimpfing geschaut ist, das ist der Dromempfing. Ja, dann sage ich, ich fahre runter, dann stehe ich da drum, dann schaue ich runter, raufholt, aber grüßt, der Gruber Wölfe, mein Arbeitskollege von Wilhelm Hörlinger, jetzt heißt es nicht, wir fahren, jetzt ist er runtergegangen, und da unten ist Gleis 11, A heißt Abstellgleis, und da ist der Kasper dringend, habe ich vorhin gesagt. Dann habe ich von da, 200 Meter, 100 Fuß, da runter, habe ich den Kasperl um eine Zehntelsekunde, oder eine halbe Sekunde, ich weiß nicht, zu früh umgedreht, also der Kasperl, den habe ich vorhin gesagt, dann habe ich wieder, den habe ich zuerst runter da, Weichen umgestellt, runter da, und dann war er drüber, habe ich gemeint, um eine Zehntelsekunde habe ich den gelben Kasperl, der da vorhin ist, habe ich zu früh raufgetan, dann ist er entgleist, die Rangierlokke, umgefallen Gott sei Dank nicht, und drei Rangierlokke, hätte es der Öde gegeben, zum Beispiel, weil die Rangierlokke eingesperrt worden, habe ich Glück gehabt, ja, und dann kommt der Kran, kommt der Kran, fünf, zehn Minuten, er steht da unten, immer einsatzbereit, ich hebe den Lok rein, der Zug ist da draußen gestanden, zehn Minuten verspäten konnte, ja, weil ich schuld war, gell, so kann das passieren, und, ja, eine halbe Stunde später kommt er los, schon mal ich bin aufs Vorstand daher, ich sage alles, das kann jedem passieren, das ist nicht so tragisch, er muss halt alles aufnehmen, gell, und das ist der Kasperl da, schön, den habe ich runter da, noch hat die Dings drüber fahren dürfen, und dann habe ich um eine Zehntelsekunde, oder eine Achtelsekunde, oder eine halbe Stunde, da unten die Lokomotiv rausgefahren, gell, jetzt weißt du das, okay, das ist, äh, das ist eine Sicherung, das sind die, das kommt ja nicht aus, das ist eine Weiche, das habe ich alles umgestreckt, gell, jetzt kommt der Bagger, das ist, da steht mein Auto da, und Stehberg MFW, gell, okay, und da ist der Ablaufberg, da drüber habe ich vorhin gefahren, da ist jeder Zug raufgefahren, durch Gleis drei, da schaut sie, was tun sie denn da, tun sie wieder backern, ja, 10, 15, Arbeiter sind da, Gleis herrüchten, das sind die von der Baumeisterei, aber was haben sie denn da, okay, servus, ist gut, die, meine ich, da war ich, 10, 15, ja, war ich da drüber, halt, fahrt das Leiter MFW, und hat es in Richtung gegen, hat es MFW gegeben, wir zwei haben uns abgestimmt, gell, und es war auch einer von den schlimmsten Unfällen, also, leichter Unfälle, und der andere war im Parkir, wo ich fast zusammen vergessen habe, war im Parkir, 73, ich meine, hab ich Brotze gehört, wie es zu sehen, und vergisst den Zug, der, wo von Bierloch gekommen ist, pfeift durchs Hals, rennt runter, habe ich zu schlangen zu, zwei Sekunden vor dem Zug habe ich zu schlangen zu gemacht, nichts passiert, das war mein schlimmster Unfall, Gott sei Dank, 50 Jahre Eisenbahn, zwei kleine Unfälle, und diese MR, wo der Kaiser Michi gearbeitet hat, wo sie dann rausgeteifelt haben, wenn sie nicht mehr mehr haben, Kaiser Michi hinter meiner Wunder, gell, servus, alles Gute, okay. 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 ennes